heute was geht ab ich habe echt lange überlegt wie ich das video hier noch verpacken kann irgendwas noch dazu machen vielleicht noch eine box oder so zwar hätte ich noch am start aber die woche hatten wir schon ein paar boxen deswegen dachte ich mir jetzt egal habe ich einfach nur das video raus auch wenn es relativ kurz sein wird und zwar habe ich vor ein paar tagen wohl jetzt ist glaube ich schon sogar eine woche her hunderter kickling gefangen danach als ich es gefangen habe dann in den videos danach hat man es dann gesehen habe ich sogar erwähnt und dann in den livestreams auch hat sich gut versteckt deswegen ist keine überraschung hat mich echt gefreut eine der seltener pokémon die mir noch fehlen ihr wisst gelach so da letztens kam es mal einer vor zwei wochen habe ich leider verpasst labgas ergo taktyl tangela nocchan capoeira togetik das sind so die überklassen die mir noch fehlen als hunderter wobei kickling doch eher von den super seltenen doch eher der häufiger ist also ich habe schon von vielen leuten gehört hunderter kickling gespawnt also schon über selten aber zum beispiel vergleich zu nocchan oder capoeira von netzai habe ich noch nie gehört dass hunderter gespawnt ist und jetzt von kickling schon ein paar mal habt ihr mir auch schon ein paar mal was zugeschickt hunderter kickling letztens purge frankfurt auch hunderter kickling ffb letztens fürst feldburg war auch glaube ich hunderter kickling am start also hunderter kickling hat man schon öfters aber hunderter noch schon und capoeira eher nicht aber wie gesagt ich zeige euch jetzt noch mal kurz die zähne wo ich den gefangen habe und dann dann war es das eigentlich auch schon wieder heute was geht ab leute hunge ausatmen alle stehen und liegen lassen ihr seht gleich wofür wo ist er da wo die leute sind da ist er und servus ja 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 tja Oh. Wozu noch Fissen für Fluchtmann? Was ist denn? Für was? 100. Saftig saftig. So. Warten wir jetzt noch auf die Spawn. So. Das war's. 100er Kickly gefangen. Hat mich gefreut. War am Ende doch relativ knapp. Aber ich habe ihn zum Glück erwischt. Und pushen werde ich ihn erstmal nicht. Obwohl Level 31 ist schon geil. Also 100er Kickly und Level 31 auch noch. Das ist schon saftig. Aber ich warte jetzt glaube ich erstmal bis ich Nocchan oder so auch noch bekommen. oder Capoeira. Oder beide. Dann push ich die so als Team oder Trio oder Duo. Und wir haben diese Woche schon eine Menge gepusht. Das haben wir gepusht. Libiskus. Snubbull. Und Snubbull. Das kann ich erstmal. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Kurzes Video zum Wochenende. Wochenende bin ich dann wieder am Start. Ein bisschen zocken. Dann kommen wieder ein paar neue Videos. Kurz und knapp heute. Genießt das Wochenende. Geht's ein bisschen graus Pokémon zocken. Auch wenn es arschkalt ist. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is your business. Also das war's von mir.